Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Counter-Strike Global Offensive mit der Beideb hier. Hallo. Oh yeah. Und wir sind hier auf Inferno. Ich kann nicht rüber. So ich muss in Terror gehen. Höfbar hier. Egal ich muss in Terror gehen. Wie Spaß. Jo. Wir sollen uns abkacken. Ey wo ist der Ben-Mann die Mistgeburt? Tja das glaubt ne. Wär kein Bock mehr oder was? Wat für ne Mistgeburt. Mamma mia yo. Mamma mia. Wenigstens kenn ich die Map ein bisschen von TCC. Können die auch so. Ich nicht. Kommt ja nie. Und einer unter mir oder wat? Ah fuck jetzt bin da alle und ich rotz da einfach ganz woanders da. Ja ich bin hier bei der Masse. Ach goddammit. Mama! Boah! Das kann nicht sein alter. Sieben sein Schein hab ihn so oft mit deine verfickte Rotzfress rein gewixt. Man hat immer ein riesen Megasperma. Wie läuft bei dir Pierre. Erstmal übertrieben aufregen. Wir wissen es noch. Ah. Sieht gut aus für uns. Ja nein es gibt uns aber noch keine Ecke rum. Bump has been planted. What the fuck. Der kann ja nicht AFK rumstehen. Baue ich der eine da. Der ist nur in den Ecke rum. Der ist die E-Sport-Roffel. Ach Gott weil der scheiß ist. Juck mich aber nicht. Die anderen aber nicht. Für unsere Euro Leute wird deine Euro Leute wegrotzt. Oh ne. Wir alle wegrotzern. Ach der AFK noch ist auch auf einmal nicht mehr AFK. Ah jetzt ist es zu spät. Ja man macht da mit seinem schulen Messer rum ne. Oh wie der Hausrat ist bei euch im Team. Sag der eh ne mal. Tschüss. Bleibt aber da stehen. Sorry was AFK. No nice job man. The best, the best of best. Ja immer diese Euro nie da drin finde ich so lustig. Ah geil. Ach komm wo lang jetzt. Hier lang. Erstmal ein Chicken weggemacht. Ah scheiß AWP Lutscher. Ne SSG what the fuck. Da musst du ja genau drauf sein mit der SSG eh. Ja geht. Und wieder verdauerrotzen. Geh du vor. Bumm kumm. Aha. Du lebst ja noch. Natürlich. Natürlich. Nicht mehr lange. Ah fuck. Ich hab's kommen sehen. Ja. Nicht mehr lange. Was aber aber wie jetzt schon. Das Volk ist in 4 Lutscher. Ja dasselbe. Nein. Du noob. Wer hat mich? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ja die kann kein Loops sein. Kann kein Loops sein. Ah. Da ist wieder eins gegen drei. Äh. Aber das ist nicht der gewiss, dass er zur Runde war bei euch oder? Weiß ich nicht. Ich hab' nicht drauf geachtet. Oh. Oh. Oh schade. Sehr schön. Oh 1 1. Feldo spielt Carys Mod. Aha. Ehrlich? Ja kam grad die Meldung. Bei mir nicht. Bei mir schon. Aber immer wenn ich bin CS kommt die irgendwie oben links am Start unten rechts. Das ist aber egal. Äh. Stieb das denn? Oh Leila. Immer einfach mal sind noch auf Chickens drauf prügelen. Das ist nur die beste Idee. Warte dann deine Mom ist ein Chicken. Ein Chicken Nugget. Ach Pierre. Ich hab' sich redet mit uns. Ja hab' ich eh wenigstens mal Schaden gegeben oder hinten umgestanden hast. Ein bisschen. Ja ein bisschen. 1 17. Ne wie viel? Ja doch. Das ist gut. Hat er aber doch schon ganz was eingetankt mit meinem äh. Ah. Mit meiner Art. Ganz schön dirty bei dir. Warum ist grad so ist gesmoked bei dir oder was? Ne ne. Alles bei mir nicht, egal was für ein Spiel ich gehe. Inselbau grad alles voll geil war weil nämlich eh niemand von uns bis jetzt gestorben ist. Alter. Nur von euch hier gestorben. Ah man. Na komm bei dir wird's ja wohl nicht mehr lang gedauern oder? Aber das Bild ist hinter dir steht noch einer. Schade. Und den wollen wir nicht gerade wegkrotzen. Ja da waren aber leider ein paar andere aus seinem Team. Boah der erste von dem Team ist gestorben. Alter wie ihr alle bei A seid einfach mal. Boah der erste von dem Team ist gestorben. Boah der erste von dem Team ist gestorben. Da war noch keiner drauf. Okay ne. Oh nein. Oh man ey. Wir alle nach der Reihe einfach abgekratzt. ich einfach keine kohle hat ich hab ein bisschen was verschickt ihr euch jetzt oder was? Alter AWP hat genau auf den Gang gezielt muss ich gewartet habe gedacht du kommst da hin nein ich kann woanders und da ist genau da zieht eine hin mit AWP einfach nur wenn wir wieder alle von der Team weg wird man verrecken und dann kann man da an der Ecke wir einfach keiner von uns abkratzen tut ohne Schatten zu machen was dann das ist schön ach komm, oh jetzt ist er schon tot da ist noch einer er kommt mit dem sicheren und rottet mich jetzt weg da hab ich das Visier weggemacht das andere Visier weggemacht ich hab keinen Bock mehr auf die Karte ich will nicht mehr, ich hab keine Lust, mach dich scheiße weil du schlecht bist genauso wie ich juhu, dann noch tausendmal schlimmer ich hab 2,3, du hast 0,4 ja läuft bei mir, sag ich dir auch ich habe gerade die Karte gesehen ich habe die Karte gesehen ich habe die Karte gesehen das ist schlecht ja das ist schlecht We might move. Alright, komm schon. All about a nigger. Oh Gott. Alter. Wollte ich mich gerade zurückziehen, als ihr da die Smoke hingeschmissen habt. Du bist mich auch wieder irgendwo in dem Haufen. Natürlich bist du in dem Haufen. Du hast sogar die Bombe, ey. Läuft bei ihr. Echt? Echt? Wusstest du es nicht? Kann ich mich mal beachten, hat euch gesagt. Achtung, nicht wirklich drauf. Wenn der Haufen gibt es einem der AWP einen No-Score-Patch hat. Jetzt mal abblenden. Komm. Sehr schön, du hast deine Punkte noch bekommen, was du wolltest, ne? Kund Kohle. Hihi. Also irgendwie ist es mal nicht im Gewinnerteam zu sein. Ja, passt schon. Komm, bitte fett dein Köppchen wieder raus. Ich frenehm' gezielt alle. Ja. Und dafür, bevor wir getroffen sind, juckt aber keinen. Ist klar, wie ich mit dir aufgeregt in den Kopf nicht ausklarb. Was mir? Nein! Der muss um den bitte da oder dann noch umgammeln bei euch. Aber ich hab da auch umgegammelt, wo du warst. Ich hab da auch versucht zu treffen, aber ich nicht drauf. Ich hab da einen Kopf getroffen. Ja, juckt aber nicht. Fett aber nicht um. Na, könnte ich gewiss sein. Oder auch irgendeiner an, dass der auch noch war. Oh, ey. Mann. Tobt? Jo. Na, der noch so hier. Wie der einfach zu viert rumsteht, ey. Ja. Ach man, ich hab's gedacht, der holt euch jetzt alle. Ist einfach nice gewesen. Na ja, einer schon mal weniger. Wollt ihr alle abkratzen? Ah, der dumm. Oh, sie, 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 sie sieht den nicht. Na, die gesehen. Scheiße. Ah, der tut uns grad nach und nach alle, alle, alle ausrotten. Ja, weil die da in der Gruppe rumlaufen, aber das bringt ihnen grad auch nicht viel. Oh, da hat er den gemessert. Ah, den gemessert. Ah, der kippt, eines war ich noch afg, läuft bei euch. und wie die Runde heute wird die Warten mehr und ein Team ist ein bisschen kacke ich muss nicht meinen als Teil dein Team allgemein und es ist nicht in die nicht gerafft geschissen kriegen eine Überzahl über die Runden zu bringen das erste Mal gerade eben ein Boot gestartet für den einen aber man warum gehen die alle ab ich hab ein Boot gestartet, dass die Bälle draufschmeißen, weil der der AFK rumsteht, die Missgeburt und die sind dagegen voll sinnlos Bältet, ja juckt mich auch nicht Abstimmung fehlgestanden, wie kann man dagegen voten, wenn man sieht, dass jemand AFK rumsteht, ey Leute ihr seid doch behindert, ey wir defused ja einfach mal defused von hinten er nennt uns, er nennt uns nun sogar selber, selber, einer läuft bei dem wer zu einer bei euch im Team ja kann sein er ist schon extrem nubig, wenn die Bombe defused will, ohne dass das, wie ihr es merkt wer gesmogt oder was soll ich heißen? mal auf mein Bedacht da reinrotzen wehe mal auf mein Bedacht da reinrotzen lebst du noch? ja Ah, fuck it, wie dieser A, die mich trotzdem killt, obwohl ich ihn fünf Stunden vorher sehe. Ah, er bewegt sich einfach die ganze Zeit und ich kriege nicht mehr ein scheiß Drecksvisier rein. Mann, ey. Hundesohn, ey. Von hinten, ich glaub's nicht. Ich bin einfach mit Abstand letzter und ist zu Recht 017, ey. Richtig scheiße bin ich, und zwar so richtig scheiße. Wie P.S. Moody aus ihrer Kloake, ey. Ich stehe da hinten mit der Shotgun und rotz alle weg von uns, ey. Ah, goddammit. Ja, komm, killt den einen noch, dann sieht es zumindest gut aus. Auch wenn die Runde sich so wahrscheinlich nur wieder auf 30 Minuten nicht zieht. Boah, so ein Shotgun-Move, alter! Wer denn? Shotgun-Move, shut up, fuck your mom and your ass, bitch. Ab, ja, kein Englisch. Die entscheidende Worte kann mir Englisch, ist gut. Wo gibt's hier überhaupt, wo gibt's hier überhaupt Shotguns, ey, ich hab noch nie nach Shotguns geguckt, bei CS. Aber anscheinend gibt's ja irgendwelche, die auch ganz in Ordnung sind. Ja, sein, 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 sein Mutti ist in Shotguns, deswegen benutzt es auch. Also ich hab nur 18 HP. What the fuck, hab anscheinend deutlich ein Eingeschenk bekommen. Nein, ich bin nicht da, wo du wie immer bist. Oh, gekillt. Bin der SSG. Ist doch klar! 400... Was, 400 Schaden? Ja. Werf bei dir. Was war das für eine Waffe? ABP. Ja, läuft bei dir. Kann schon mal passieren. Ach, wie die hier die ganze Zeit nur Grenades und so ne Scheiße reinschmeißen, aber hier ist auch die Bombe. Funktioniert doch. Hier ist auch die Bombe, von daher. Da alles lebt, da. Ja, mit 18 HP. Jetzt nicht mehr. Ja, scheiße, hab ich noch einen mitgenommen, ne, ne? Nö. Aber zwei Stunden hast du gekriegt. Ja, und ich hab ja auch ein Key gemacht in der Runde. So ist ja nicht. Boah, weil dieser Wewe riecht nicht so aus, in der verfickten Shotgun. Wie heißt der Typ? Wewe, Boy, ich der Erste. Läuft. Aber deswegen hat das so viele Kills. Ja, weil der Noob kann nicht so ganz Noob. Ja, passiert. Oh, aufhörst du dann, dass das ist eine Noobwaffe fertig. Ja, nichts dran zu rütteln. Nichts gibt dran zu rütteln, an dieser Tatsache, dass es eine Noobwaffe ist. Ah, geschieht ihm recht. Aber muss man ja auch erstmal nahe. Alter, was läuft bei dir, Peer? Nutzt du gerade aktiv den In-Game-Chat, oder was? Ja. Du bist echt so ein Nigger, ey. Halt dein Maul! Deine Mutti ist ein Ghost, ey. Ich steh' aber unser Typ voll im Weg, Alter. Er will sniper und ich steh' aber voll im Weg. Geil. Werft bei dir? Eigentlich seid da hinten alle, okay. Na komm schon. Du kriegst mich eh nicht. Komm, einfach angelaufen. Achso, du hast ja, äh, äh, aus unserem Team hast du auch keinen gekillt. Du bist ja wieder Noob, der Typ. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Der hilft bei dir. Hast du gestorben, oder was? Da ist niemand. Trotzdem erstmal drauf. Trotz krach er ran ins Nichts. Ja, ist doch eine Nebelwand, ne? Ja, du... Ist ja nicht so, dass nur einer von uns gelebt hat, und der war ganz woanders. Ja, wo soll ich das wissen? Drück Tab. Ja, dass einer gelebt hat, ja, aber dass der ganz woanders ist. Mir war schon klar, dass ich sehen kann, dass der noch da ist, ja? Außerdem, das sieht man auch oben. Wir wollen nicht mehr Tapfe drücken. Da war ein Sniper. Trägt mich jetzt nicht ganz ehrlich. Der will die hier ordentlich Feuer machen, also unsere, äh, unsere Teammates. So, da sind wir mit der Down-Sniperer rein. An derselben Stelle wie immer, oder was? Nö, nicht wirklich. Warte, wie alles zugesmoggt wird wieder. Läuft auf jeden Fall schon mal richtig hart. Ja. Alex? Ja? Komm mal auf die Uhrzeit. Will knapp. Ja, will knapp, ja. Selbst, selbst das eine, eine davon wird noch knapp. Nochmal, selbst das eine von was wird knapp. Und dem längeren. Ja, ja. Wollen wir das nicht eventuell danach machen? Da haben wir auch keinen Stress. Na, ganz ehrlich, das ist Zeitdruck. Ja, wir müssen mal gucken. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie lange die Runden hier noch gehen, weil das geht ja auch noch, die ist ja auch nicht fertig, das ist ja das Problem. Ja, das ist ja genau, deswegen. Ja, mir geht, das ist ja mal gucken, wenn wir fertig sind, einfach. wie es von der Zeit her aussieht. Das andere machen wir ja hart. Also hart auf, you know what I mean, okay. Hier kann man ja die Zeit nicht ungefähr planen, aber da wissen wir ja ganz genau, wie lang es dauert. Ich meine, dein Job ist es, mich daran zu erinnern auf den Himmel zu gucken. Ja, überhaupt nicht. Dein Job ist es, es ist dein Job, so Lutzer. Nee, es ist nicht. Mein Job ist es, den richtig zu starten, was ich schon manchmal schon nicht hinkriege. das ist das ich bin sehr für Außenkompetent ansonsten stellt ja keiner Timer ich weiß ich genauso wie kein anderer ich bin einfach nur der Einzige der auf der Tastatur hat und deswegen immer macht weil der Rest trotzdem nicht auf der Tastatur hat und dafür ein Handybrot und trotzdem vergisst ja ab und zu ab und zu immer nee meist schon die hab ich gegeben du Hure ich steh dir wieder neben mir alter ich hab da noch mal ich geh jetzt raus Alter ich kann das nur noch die Scheiße sind ich bin eh nur eh jetzt eh nur noch demotiviert warum bei mir läufts grad nicht also doch geht so einigermaßen hab eingekillt juhu und bin dann nicht gestorben ich hab einfach kein Lutz nicht raus kann ich hab kein Bock mehr du bist halt eh 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 nicht noch zwei drei Runden an ach scheiße hier ist unser Team Alter ja warum kann ich nicht wegmachen what the fuck what the fuck ja das ist unser Team und Anti-Terror-Einheit gewöhnt oh shit und ich hab immer noch meine AWP gesaved sehr schön so muss das ist eh sau teuer das scheiß Ding ja komm Brandgranate voll in my face niggas die Leute aus meinem Team teilweise zu inkompetent sind Brandgranaten zu schmeißen weg damit ja dann spektate mich wenigstens grad noch Junge was ich grad finde aufgibt ich hab grad drei Leute weggefickt man mit der AWP alter Falter bei mir läuft grad richtig ach mein Zuschauer ich hab grad drei Leute miteinander mit der AWP weggemacht ich hab grad drei Leute miteinander mit der AWP weggemacht ich spiel nicht mehr ich hab keine Bock mehr ok läuft bei dir dann mach ich so ein sch... ach ach man kann auch nur auf Zuschauer umstellen läuft mhm wo steht das wo steht das denn im Eigerat da unten steht das genau egal dann guck wir haben noch ein bisschen ziemlich fail deine Schnauze jetzt juhu man ich hab drei Leute gekillt in dieser Runde einfach nur so bam bam mit AWP zweite Runde am Stück wo ich die AWP gesaved hab sehr schön hab 7000 Cash and I don't need it spare ich schön falls ich nochmal in der Runde Dings bräuchte na neuer AWP oh shit läuft bei mir ist da so ne Halbnoob Waffe aber egal ja komm ja komm ja komm wie viel willst du da noch reinschmeißen von meinem Team na komm was sind da los warum ist da keiner ok da ist doch einer na komm sehr schön Alter kommt da von hinten einer oder warum schießt du hier so wenig da drum alle da in dem Gang ah scheiße hast du voll zerrissen ja aber dann hab ich ihn noch gekillt beim nächsten Schuss den scheiß Adi weil diesen Mixer hasse ich auch aber jetzt äh dann bin ich halt mal gestorben ja gut aber läuft bei mir äh wie weit ich mich wieder hochgearbeitet hab äh ich war richtig scheiße ja die sie über sieben Runden ich war richtig scheiße ich hab jetzt einfach mal irgendwie 5 oder 6 Kills mit der AWP innerhalb von nach oben zwei Runden gemacht äh läuft bei mir ich kann langsam umgehen mit der AWP das ist gut auch wenn ja ist auch so ne bisschen Luftwaffe bei ja jetzt nimmt ja auch noch meine AWP die Missgeburt ähm wie viel sinds denn überhaupt noch zwei Terroristen ok hm gerade 3.000 warum hab ich grad nur 3.500 ich hab doch gar nichts ausgegeben die letzte Runde ah ne 9.500 das war der vom spectaten so erstmal neue AWP so so und ich geh mal in den Standardgang da klappt ein Huhn du hast ne Huhn Huhn Maske läuft das hört richtig scheiße aus ja kann das sein ah jetzt vielleicht stellen wir hier die Ansicht zu hinter dir weißt du bist du in der Runde weißt du bist du in der Runde oh da willst du ja komm ah komm ist noch einer ich weiß hab ich den einen da getroffen Dings oder nicht ich hab ihn geholt ah ok der ist tot sorry erstmal kommt die da von links oder von geradeaus ich wusste doch Antiterror liegt mir aber viel besser ist auch so liegt mir aber auch besser das ist doch wieder ein Entschließend die ich vorher hatte geil aber mal 4 10 jetzt ah ah komm kommt der jetzt von da oder was scheiße wo ist er denn wo 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 ist er gerade im Gang in dem Gang wo ich halt war sah er gerade aus Mann das war das Problem in dem Moment gerade Juhu wir haben gewonnen aber Krieg kommt bitte gib mir mal was Mami aber du hast auch nicht Krieg gekriegt schade egal Leute das war's von dieser Runde ging wieder 27 Minuten lang und äh bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss